Hoch zu Ross geht es weiter in Folge 43. Ich nehme mal etwas Anlauf, denn wir müssen da vorne über das Hindernis drüber. Dann hoffentlich die Fireflies zu finden. Ich sage, die gibt es nicht mehr. Du befürchtest, dass dann nur praktisch die Überreste des Desasters sind, was in dem Labor stattgefunden hat? Ich glaube nicht, dass sie da irgendwas finden, womit... Das wäre halt zu klischee einfach, dass sie jetzt da hingehen und dann können sie sofort den Impfstoff extrahieren. Eigentlich wäre es aber auch sehr klischee, dass da jetzt das... Ja, genau. Also, was heißt Klischee, aber eigentlich ist es auch typisch, dass das Labor jetzt hinüber ist und da halt nur noch die Zombies rumrennen, oder? Es ist eigentlich immer so, dass auch diese Laborgeschichte immer schief geht in dem Film. Die Klischees gehen durch die Klinke in die Hand. Ja, aber echt mal. Gucken wir einfach, wie es hier weitergeht. Das dritte Klischee wäre, dass sie das Labor finden, aber da dann irgendwelche machtbesessene... Aber schon krass, dass sie überhaupt drüber redet. Ja, aber auch schnell wieder empfindlich. Und dann kommst du jetzt mal mit. Awesome. Du kannst ja mal gucken, ob du das bauen kannst. Und wieder zu viel Hanf im Gepäck. Dann, wenn die Grenzpatrolle jetzt kommt. Ja, so einen Nagelbaum kannst du bauen. Jawohl. Sehr gut. So eine alberne Waffe, ey. Also was das soll, echt jetzt, oder? Ein Flammenwerfer. So ein... Also echt mal. Das Spiel macht ja nicht viel verkehrt. Aber hä? Hä? Wer hat sich das denn ausgedacht? Wahrscheinlich in irgendeiner Fan-Petition. Das ist echt noch Raketenwerfer. Flammenwerfer in Last of Us oder sonst. 100.000 Unterschriften. Ergo, ja, es ist eine gute Idee. Machen wir. So schlimm sind die Leute überhaupt nicht. So was fordern die ja nicht. Dante muss weiße Haare wieder haben oder sonst. Du hast den alten Devil May Cry Scheiß ja gespielt. Ja. Der ist nicht gut gealtert. Nee. Du musst das neue noch spielen. Musst du in der Tat. Total Bock drauf. Macht Spaß. Es ist nicht so gut wie Inslaved, aber es macht Spaß. Es sieht auch so schön aus, wenn der so was an Szenen daraus gesehen hat. Ja. Das ist schön bunt. Ja. Wie better. Hallo? Warum ist er jetzt nicht mehr mitgekommen? Ellie? No! Ellie? Ellie! Wo ist denn die hin? Die ist zu ihren Ahnen. Abgeritten. Ja. Die ist hier wo festgeglitscht. Hey! Was haben wir das? Ist die da nach links rein vielleicht? Nee, nicht. Ist auf der Seite irgendwo. Auch nicht. Ich sehe nichts. Vielleicht ist die schon... Ja. Nee. Vielleicht ist die schon nach vorn. Oder wir sind wieder frei. Ja, endlich. Die blöde Plage. Los geworden. Die wir schon mehrfach versucht haben, in den Kopf zu schießen. Da ist er. Guck. Mist. Slow back. Der Michi. Nein, die ist doch super. Ich tue mich gerade schwer, ob ich sie oder Elisabeth aus Bioshock besser finde. Elisabeth macht nicht solche lustigen Sachen. Das ist eine Antwort. Ich wollte gerade sagen, oder? Das sieht aus wie der klassische Rätselmülltonnen-Container, den wir irgendwo hinstellen müssen, um irgendwo hochzukommen. Das hat auch, ehrlich, keine Lust mehr. Wir müssen mit denen da rüberschieben, oder? Welchen? Den doch. Den da? Nee. Hast du nicht? Probierst halt mal. Kein gut zu sein. Vielleicht hast du sogar recht. Ach so, könnte natürlich sein. Dass man den da so hinschiebt. Wenn du das jetzt schon vorerkannt hast, dann wärst du ja ein Boss. Natürlich. Wie ein Vorgesetzter. Mach auf die Tür. Du sollst dich nicht festhalten. Hast du Angst, dass du umfällst, oder was? Wer da steht? Was soll denn das? Ah, guck. Das ist ein Rosted-Shirt. Was für ein anderer Weg. Vielleicht können wir es überraschen. Ja, guck. Du hast echt recht. Ich werde bescheuert. Nee, wir brauchen ein längeres Kabel. Versuch halt eins. Ah, geil. Oh, wo sieht das eigentlich aus wie ein Spiegel? Wo ist jetzt hier eigentlich der Spiegel? Weiß ich nicht. Vielleicht haben die total die fancy Spiegel über sich zu Hause. Ah, oder so. Oder so. Nimmt uns die Worte aus dem Mund, der Joel hier. Ein Blatt. Korrekt. Da hinten links ging es rein. Oder da rüber. Also dann die Tonne da so hoch. Ah. Aber gucken wir mal, ob man die Tür irgendwie aufmachen kann da hinten. Nicht, dass wir wieder Ärger kriegen, weil wir eine Schifftür nicht gesehen haben. Nein. Nope. Gut. Jetzt aber. So. Perfekt. Bist du mit, Ellie? Da ist übrigens dein langes Kabel. Dann geh mal zurück jetzt. So long. So. Versuch das zuzumauern hier. Boah, ich hatte eben total Angst, dass die Kamera so umgeschwenkt ist, dass irgendwas von hinten kommt. Also das ist ja bisher auch oft genug passiert. Puh. Schaut die Munition. Ich glaube nicht, wie du schon gesagt hast oder vermutet hast, Fireflies werden wir hier nicht treffen, wie es aussieht. So meine Vermutung ist, dass die harte Wahrheit eben ist. Es gab ja kein Labor. Von mir gab es eins, egal. Aber sie werden, sie haben den Impfstoff und sie werden ihn nicht mehr fertig kriegen, weil es nicht mehr das Know-how gibt, um den herzustellen. Möchtest du in die Werkbank oder meinst du, wir haben eh nicht genug Zeug? Können wir machen. Ich hätte gedacht, ich gucke jetzt erstmal nach oben, wo noch Werkzeuge sind, aber... Was wollte ich aus einer Werkbank? Hinter dir. Was? Wo war die denn jetzt? In einem Raum. Ach, sie war da vorne, oder? Da. Ja. Hier ist auch die Tür auf, glaube ich, links, oder? Ja. There we go. Da haben wir noch keine neuen Werkzeuge, das bräuchten wir halt mal. Shorty hat auch nicht so viel Schuss, vielleicht das Nachleitetempo da mal... Wir haben 100, kann man irgendwas Geiles bauen, was ziemlich teuer war, zwar nicht so viel Werkzeuge gebraucht, aber teuer, Schussfolge, Höchsturz. Flammenwerfer finde ich eh blöd, würde ich den gar nicht benutzen. Schussfolge. Sonst macht ihr die Shorty, oder die komische Han Solo Blaster Kanone, geile. Geht nicht. Dann machen wir doch hier mal Nachladetempo. Pimp mir voll auf. Streuung. So, alles rausgeballert. Tschüss. Tschüss. Jetzt sprechen wir. Nice. Ah, nee, ist das andere Zombiespiel. Also entweder die haben dann irgendwie noch so eine Art Sicherheitsbereich oder so. Aber hier war ja schon seit Jahren keiner mehr. Nee. Na, konzert auch, wenn es wirklich so ein... ...größeres Labor ist, dass wir noch einen abgetrennten Bereich haben. Was ist denn da einer wie ein Zombie-U? Da wird es mir schon wieder zu finster. Hm. Hm. Juhu! Fireflies! Hm. Anyone? Just keep it down until we figure out what's going on. Ja, vielleicht. Ich gucke hier nochmal hinter, oder? Ja, mach ruhig. Wer weiß, wo es weitergeht oder wo... ...wenn da ein bisschen Zeug rumliegt. Friedlicher, als ich es erwartet habe, hier. Hm. Schauen wir mal. Nicht, dass wir gleich wieder in so eine Sporen, äh, Sporenkeller müssen. So. Boah. Endlich. Endlich mal. Endlich. Okay. Und mehr Werkzeuge, sauber. Das hat natürlich gerade unsere ganzen Zahlenräder ausgegeben, aber egal. Davon haben wir jetzt auch schon bald die 100 oder wie 80 oder so dürften wir jetzt schon haben. Oh, 50. Krass. Lohnt sich ja fett hinter so einer komischen Tür. Hätten wir mal mehr davon aufgemacht. Mann, echt. Wie Idioten. Unglaublich. Ich würde mal schnell das Zeug gleich wieder verbauen, was wir jetzt eben gefunden haben. So viel war es ja auch nicht, oder? Doch. Bestimmt. 50 war es einmal. Und ein paar mal kleinen Kram. Ja, kann schon sein, dass sich da was lohnt. Ich glaube, wir haben jetzt schon 70 oder 80 so Dinger. Schauen wir mal nach. Bin nicht aufgepasst. 78. Gar nicht so schlecht. Den, 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 den. Was möchtest du machen? Was ist die noch? Okay. Bei der Shotgun oder beim Shorty, die Magazin kapaziert die ja ganz geil. Oder bei dem Blaster. Der ist auch so scheiße in der Hinsicht. 13, das war es jetzt. Da war es schlecht. Now we talking. Und bald können wir uns auch das 100er Upgrade leisten. Wenn wir noch einmal Pillen finden oder so. Noch mal 15 oder so. Dann könnt ihr das schon bald hinhauen. Aber es ist ja noch keine Leichen oder irgendwas. Super friedlich, ja. Okay, wird es doch noch, äh, interessant hier. Äh, stay close. Walk upstairs and let yourself get shot in the head. Welchen Teil hat sich nicht verstanden? Wann klingt das? Wann klingt das? Irgendwie so ein komisches Rundenstunde gewesen, oder? Ich weiß es nicht genau. Es ist der Shorty eigentlich egal. Wie ist denn die Alley drauf? Sollen wir bei uns bleiben? Suizid-Eli. Oh oh. Das Milchgeheuer. Oh ja. Das ist gut, oder? Wenn wir herausfinden, wo sie gewinnen. Tja. Ich wollte gerade sagen, das ist die angemessene Reaktion darauf. Das sagt Martin übrigens auch, wenn er sonst so einen Ziegelstein sieht. Ja? Das heißt, wenn Martin irgendwelche YouTube-Videos sieht, wo Leute vor sich so einer Ziegelwand sitzen, dann ist er eine halbe Stunde orgasmisch aufgeladen. Ja! Ein Zegelstein! Orgasmisch aufgeladen. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Tut es besser nicht. Also euch das vorstellen. Na reichst du? Guck mal jetzt, ob das schon reicht. Vielleicht haben wir schon die 100 zusammen. 95! Bist befeuert. Da wärst du bei Preises Heiß jetzt raus gewesen. Knapp drüber. Darunter. Und später wärst du bei Preises Heiß raus gewesen. Ne, ich hab 100 getippt. Achso. Ja, dann so oder so wärst du raus gewesen. Und darum geht's hier ja. Sie sind raus. Wieso das denn? Nein, das ist die Flasche und den Bergstein. Ich hab's habsichtlich gemacht. Nur um diese Reaktion zu triggern. Was konnten wir eben nicht mitnehmen? War das wieder Explosivzeug? Wo, was? Im Schrank war ja noch was, aber ich glaub es war halt wieder hier. Wir sind auch voll. Explosionsmeisterzeug, ja. Das war eine ungeheure spannende Episode, in der ich überwiegend Schränke auf und zu gemacht hab. Ich erinnere mich an die erste Folge von unserem Dead Island Let's Play. Gott habe selig. Ja. Ich laufe jetzt trotzdem, obwohl die Folge schon Überlänge hat. Ich laufe jetzt hier noch weiter. Ich möchte jetzt wenigstens noch... Ach, shit. Ne, die Folge ist vorbei mit Überlängen. Kannst du nicht hier noch anfangen, irgendwie wild um dich zu schießen? Bloß du nicht aufhören willst. Ich hab Martin gehört. Ja, Ellie, geh mal. Wir kommen dann in der nächsten Folge. Pass auf dich auf. Tschüss. 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 Tschüss.